dann fängt er an hysterisch zu lachen ok und ich hab's schon wieder verkackt shit das muss besser wie machen wir das besser erst mal was zu trinken so lichtverhältnisse angepasst etwas leiser stellen perfekt so lichtverhältnisse ich würde sagen doch damit kann man was anfangen was wäre das nächste bricht den gelächter aus zwischen hysterischem lachen und bricht den gelächter aus machen wir mal einen unterschied jay meine kamera wird unscharf ganz schön ich bin hier sauber genau so wollte es ja das passt ja das war's tatsächlich schon von den soundeffekten her jetzt haben wir es das sieht gut aus ja